die schrauben wurden getrennt mit absicht wo wurden denn die getrennt bis zu unserem lager das letzte stück wer war das denn ich habe eine ahnung was vielleicht passiert sein könnte aber nicht unbedingt meine schuld aber als wir da unsere fortheit bildbattle hatten ein center ist einer von uns wenn dann wahrscheinlich schon ich habe bei diesem massen entfernen vielleicht so ein ding aber ich glaube so wird es wohl sein hast du viele schrauben im winter oder ein paar zumindest drei drei dann war es nicht dann war es nicht da habe ich drei schrauben her das macht aber auch keinen sinn ich hatte schon ewig keine schrauben mehr mit mir da so hoffentlich nehmen wir uns mal in betrieb heute ne unseren blog ach du schreck ich habe da keine hoffnung mehr bei uns hoffnung stirbt zuletzt oder das stürzt man nicht mehr auf felix nein manchmal geht sie einfach drauf nein block ich habe herausgefunden dass man bei der treppe runterfallen kann wenn man rutscht dann rutscht man einfach durchs geländer durch ja sieht das zerbauende objekt immer schon türkis aus das hologram ja also wenn du einfach nur ranhebst oder was ja ja gelb ist es nur wenn es was blockieren könnte falls es ist die farbe ist die dem kopf pass ich weiß es nicht welche farbe ich im kopf habe aber türkis hm hatte ich es mir nicht im kopf ok ok das ist ein fallschirm weiter nicht ich glaube damit kannst du nicht viel anfangen mhm da hatte ich mich noch beschäftigt bis der raus ist ja ich glaube damit kannst du nicht viel anfangen ja ich glaube damit kannst du nicht viel anfangen ja ich glaube es gibt eine sache oder ein paar sachen für eins ich schau mal kurz nach dann kann man gleich sehen was der nächste kostet neun tausend bitte mal merken neun ok ja ja doch es gibt paar sachen für eins zum beispiel eine gefahrengut box oder eine medizin box aber ich glaube das ist nur design würde ich mal so behaupten oder eine wandhalterung für förderbänder oder so oder deckenhalterung für förderbänder oder eine fahrpatrone als 50 stück um genau zu sehen das war jetzt so gut aus so geil ja jonas hat dich abgeschossen das hat so gepasst oh man sieht super klein aus mir ist das auch gefallen ok beim anderen in der hand ist es voll klein meinst du ja stimmt ja was ist das für eine mini pistole naja was ist dein spielzeug so verdammt wildes spielzeug ja ich hab's gemerkt also ziemlich ruckstoß aber nicht mit demjenigen der sie abfeuert sondern der der sie empfängt ja ja man so richtig wie im film ja du bekommst einen schuss ab und fliegst das mal durch drei scheiben rückwärts irgendwo hin ja die gefahrengut box ist natürlich ja es ist einfach nur design ja da steht ja auch äh persönliche aufbewahrungsbox ah skin ja ja die förterle fundamentdurchführung kostet zum beispiel eins ja die fehlt uns ja auf jeden fall würde ich mal sagen ja irgendwie ne aber fehlt uns dann noch was 10 dann wollte ich eigentlich halbe fundamente darauf haben wir glaube ich gespart oder stimmt sind aber schon vier sind echt teuer ja ja wenn aber nichts besseres kommt dann würde ich dann düstern ja ja wahrscheinlich ach das würde wahrscheinlich bei uns einfach noch fehlen in dieser hütte da wir können ja auch erstmal hingehen und mal anfangen mal zu gucken was wir noch bauen können und dann nochmal zurücklaufen ja aber ich denke die halben fundamente werden es wahrscheinlich werden wahrscheinlich ja wir haben das schöne treppenhaus hier gebaut ich 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 ja wenn zwei sich streiten freut sich der dritte wir streiten nicht keine sorge wir haben das ja gemacht so also hier haben wir eine produktionsanlage schrauben ok 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 das sieht ja schon mal ganz vollständig aus hier irgendwie ja ach so ich weiß was wir noch vergessen hatten wir hatten doch eigentlich eine zweite zufuhr für metall geplant und das ist gar nicht umgesetzt worden ja ich glaube wir wollten erst mal schauen wie es läuft aber war mal im gespräch auf jeden fall ja wir hatten es aufgeschoben weil wir bis überfordert waren weil eh noch so viele baustellen waren ja ok ja das ist ganz stimmt ja aber da würde ich vorschlagen dass du das vielleicht den angriff nimmst ok und ich gucke mir das mit dem strombahn ja aber jetzt brauche ich hier oben eine einen meiner mhm yes gleich zumindest wir noch kurz was ausprobieren hast du zu bei der weise fünf kabel dabei wenn du jetzt gerade hier bist oder wo bist du ja bei dir ja wahrscheinlich ach so ihr guckt bei euch ein strom an so ich dachte komm schon bei jetzt bei mir strom ich dachte schon ich kriege besuch ja ne wir hatten dich das letzte mal schon besucht also das schon ja das kann sein so oft wollen wir da auch nicht bei dir sein eigentlich ist so dreckig bei dir nur weil ich mit kohle arbeiten muss ja aber ich bin dir wieder runter gefallen ich kriege es ja immer wieder hin muss ich mir meine kabel als selber holen mhm mhm die wirst du wahrscheinlich noch herstellen müssen mhm 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 was das vielleicht ein bisschen besser gescheit aussieht überhaupt in das Haus hier reinfahren mit der Strom oder Metall mit der Zuleitung vom Strom mhm mhm ja das ist eine gute Frage ich bin schon einmal durchgelaufen durch die ganze Hütte aber also mal so eine schöne stelle wo es halt reinkommt ja ja dann ist überall so versucht realistisch zu bauen und alles mögliche und weil ich halt jetzt nicht das ding da ins fenster klemmen weil ja ganz schön gefährlich wenn das hier im fenster hängt ja auch so machst vielleicht immer hier hinten ein loch in die ecke rechts wäre eine möglichkeit dass man da eine halbe wand aufmacht oder ich weiß nicht falls sie doch irgendwann mal diese löcher haben ob die auch an die wand gehen mit den röderbandleitungen da ich denke ich hab was siehst du das hologram ja ich denke ich werde das einfach inne und außen einzeln packen und dann ist es wie so durchgeführt durch die wand ja ja okay das ist das ist gut und noch an der wand außen hoch zu einfach so 23 so dinge dass das die leitung erstmal an der wand außen hoch läuft ja das ist eine gute idee auch schön fange ich erstmal da an vorher in irgendwas verklemmen und weiß keiner wo der strom herkommt also falls du mal runter fliegt auf den baum springen ich habe ein halbes leben schaden bekommen du sagst das wäre fast passiert war gerade am rutschen wo du das gesagt hast also da stehen so zwei drei bäume die dinge die pinken du kriegst keinen schaden kaum außen man verfehlt sich ich habe es verriert wie hat das weh ungefähr ja gut bei mir war es nur so die das halbe gebeute und zwar auch halbes leben etwa war es nicht von ganz oben geschwungen ok ok so da haben wir unten eine etage ich müsste das dach erst innen machen einmal so komische etagen aber wir haben ja gar keine zwei wände pro etage und so ein zeugs wenn ich von außen gucke weiß ich gar nicht wo die maschinen wirklich stehen ja ja so und an der stelle ist ja sogar ein förderluft ach du scheiße hier soll doch der strom hin das schmack blöd an der stelle ach und da geht ja auch hier noch hoch wie der gar nicht freisch halt das ist ja ein wandkabel dann wow wie sieht das von außen aus keine ahnung man findet es nicht wieder was machst du zu tun ich habe einen stecker so in die wand gedrückt dass man so sagen kann ok die leitungen liegen sogar in der wand und jetzt beim verklemmen finde ich das teuer nicht mehr weil es halt so versteckt in der wand ist ok das ist dann natürlich ungünstig ach so die striche die da auftauchen sind von dir manchmal alles klar aber höchst du die kraftwerkanzahl 1 vielleicht ja ok so weil ich gerade ein hologram gesehen hatte ja beim vorbeigedorfen wow he die rampe noch ich habe es doch nicht gebaut Vielen Dank. Vielen Dank. So, weißt du, wie es gefällt dir das da? Moment, ich habe gerade noch Vorderband in der Hand. Mhm. Kannst du mir gleich mal anschauen? Du hast die ganze Zulieferung gerade gekappt, ne? Ja, stimmt. Jo, das ist gar nicht schlecht. Okay. Okay. Kommen wir jetzt hier noch durch. Die Frage ist, gefällt dir das, dass das so von oben läuft? Warum läuft es eigentlich nicht unten lang? Das ist eine sehr gute Frage. Da war ich wohl noch zu sehr vom alten Design, sage ich mal, vielleicht inspiriert oder so. Ja, okay, das ändere ich wahrscheinlich noch. Das ist besser. Das erste lief ja oben lang, weil hier zu ist. Mhm. Aber da es ja jetzt dann so ist, wird es unten. Ja, ist besser, wenn es unten... Ja, jetzt schaue ich mir mal an. Und da ist dann jetzt eins so in der Wand drin, oder was? Mhm. Verteiler. Ja, da wo die zwei Kalbe reinlaufen. Ja, ja, okay, okay. Ja, ich finde es nicht schlecht, aber wie wird es aussehen, wenn man den sichtbar macht? Hast du es auch schon probiert? Ja, ich finde es auch schon, wenn man den sichtbar macht, wird es auch schon mal sehen, wie er aussieht. Ach so, ach so. Hm. Der klemmte sich von allein um, oder? Ist ja frisch. Interessant. Ist echt frisch. Hm. Ich fand die Idee von dir nicht schlecht, mit dem Doppeltes zu machen. Noch mal einen ganzen Satz, dass das jeder versteht, was das für eine Idee war? Ja, du hast ja vorher vorgeschlagen, oder die Idee gehabt, außen einen Rand zu machen und dann innen auch, dass es so eine Leitung dann ist. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich sogar ein bisschen besser finden, als das. Jetzt hättest du halt von außen zum Beispiel gar keine Strom. Du siehst von außen, dass kein Kabel hochlaufen. Ja. Ist ohne Kabel, ohne Verklemmstellen außen. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht sogar besser finde, wenn man es sieht, dass man halt einfach, ja. Inne fände ich es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich einfach von dem in der Wand das nochmal an das in der Decke hängende hole. Ja, das sieht dann so aus, wenn es so in der Wand Leitungen halt sind, so wie es auch an der Decke halt nochmal. Ich hab halt an der Decke gedacht, dass man halt dann hinten auch noch eine an der Decke machen kann, aber drinnen da. Okay. Weil an der Wand wäre dann vielleicht blöd, weil ich jetzt, wenn ich die Variante mache mit dem nochmal Zwischenklemmen, würde ich halt hier noch irgendwo einen hängen. Weil ich da. Ja. Dann fährt nämlich erst mal das Kabel bis dahin und dann fahren die zwei Maschinen von da weg, vielleicht sowas in der Richtung. Ja, okay, mhm. Ich möchte es jetzt von dem Versteckten bis dahin verklemmen, muss man es nochmal angucken, wie das alles sieht. So, das zeigt das zu außen. Dass das Kabel da so aus der Wand kommt, das gefällt dir halt nicht. Nicht so wirklich. Also es ist okay, aber mir wird es, glaube ich, mit so einem Verteiler ein bisschen besser gefallen. Oder zumindest das mit der Decke, wo dann nur so ein kleines Käbelchen dann... Quasi so eine Leitung und dann machst du halt einen Steckdosenverteiler ran, so. Genau. Ich glaube, das würde mir am besten sogar gefallen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig begeistert von diesen Kabeldingern, die hängen so durch. Ich dachte, die werden mir so gespannt und dann an der Decke lang gelaufen. Ja, ja. Gut, die haben halt wahrscheinlich die Kabelphysics, sag ich jetzt mal, für die nicht extra geändert, sondern halt einfach nur anderes Design für den Posten, weil bei dem großen hängen die ja auch so durch. Mhm. Gibt es sogar so einen Zweiseisigen? Ja. Mhm. Ich habe keinen Kupferdraht mehr, hast du welchen dabei? Ich habe welchen dabei, ja. Kann ich da was von haben? Natürlich. Was? Auf der anderen Decke wahrscheinlich, oder? Oben drüber. Wahrscheinlich, ja. Oh, ist die drunter? Nee. Gibt von hier drin keinen Weg zur Decke. Oh. War nicht vorgesehen. Könnten wir hinten uns aus der Wand rausschweißen, da sind wir falsch über dem Felsen, oder? Ja. Da hinten ist ja so eine Treppe dann draußen. Vielleicht kann man da ja auch generell einen Weg machen. Ja, vielleicht. Äh. Äh. Sicher ist, dass du das Ding getroppt hast? Ja. Und noch die Hälfte. Wo ist das hin? Weiß ich nicht. Jonas, warst du gerade hier und hast Material geklaut? Ob ich was geklaut habe? Material geklaut. Von wo? Hier, bei uns aus der Hosentasche. Nein. Felix vermisst ein bisschen Kupferdraht. Da ist eins drunter. Ja. Aber ich gebe dir das schon mal und ich gehe hier suchen. Hier liegt jetzt nochmal die anderen Hälfte. Also ich habe ein bisschen was produziert, sonst kann ich euch das geben. Oh, Felix hat einiges einstecken. Wenn er die andere Hälfte wiederfindet. Ah. Okay. Weg. Das ist schon seltsam, dass es jetzt irgendwo hinfloppt, nach unten oder nach oben. Ja, aber weg. Ich gehe mal ganz unten. Ich hätte hier oben nochmal eine Frage, ob man das vielleicht auch noch umbauen könnte. Ich denke mal, dass es vielleicht machbar wäre. Ja. Ich komme gerade wieder hoch. Ich schwere das mal aus. Und hier oben halt diese, das passt jetzt so rum nicht, den muss man wahrscheinlich zuerst setzen. Dass es einfach vom Boden da weg ist, meinst du? Genau. Da kann man nicht unten durch die Anlage laufen. Da wir jetzt wieder ein Treppenhaus haben, macht das ja vielleicht sogar Sinn. Ja, ja, und dann wählt man wahrscheinlich auch die Zufahrt hier oben lassen müssen. Genau. Ja, das kann man ändern, ja. Gefällt mir. Gefällt mir wahnsinnig. Es schiebt natürlich jetzt diese, ja, in Betriebnahme wieder auf, aber das gefällt mir jetzt schon mega. Wo ich noch gar nicht sehe. Und unten dann wahrscheinlich dann auch alles, oder? Ja, aber unten kann es ja sein, dass es nicht klappt, weil dann noch andere Dinge mit dem Weg sind. Gut, das ist ja dann unten die Wegfahrt, sag ich mal. Eins drunter. Das ist egal, ich würde es erst mal hier oben umsetzen, weil hier oben funktioniert es. Ja. Und dann sieht man weiter, ne? Ja. Wie mein Kupferdraht wieder ist, ich finde den nicht. Ist weg. Einfach weg. Also das versteckte Kabel ist irgendwie interessant, aber scheinbar sind wir beide nicht zu 100% von begeistert. Dass ich jetzt vielleicht doch diese doppelte Wanddurchführung benutze. Und damit mal probiere. Warum verbindet es schon von selber irgendwas? Das will ich doch gar nicht. Das ist komisch, ja. Muss ich ja dann alles wieder abklemmen. Ja. Ich weiß noch mal auf dem Dach. Auch in der Luft nochmal geguckt. Ich finde nichts. Naja. Oh, du bist einfach verschwunden. Ja. Du bist ja auch sicher, dass du so viel dabei hattest. Ja. Hundertprozentig. Okay. Es ist echt komisch, dass es direkt verbindet. Hm. Ach, das ist ja schon cool, weil das doppelte Ding hat auch doppelte Klemmstellen. Es hat ja außen vier Verbindungsstellen und inne. Fimmt. Du kannst dir ja übelst viel anhängen. Wow. Ja. Oh, du könntest auch richtig irgendwie eine halbe Wand der Mitte entlang gehen lassen. Und dann da die zwei Stellen benutzen. Weißt du, was ich meine? Nee. Ich bin eigentlich fertig mit dem Strom hier oben. Ähm. Moment. Also ich weiß natürlich nicht, wie das aussieht, aber... Ja, red mal, bevor du es ausführst. Sag uns einfach mal. Ähm. Wissen du? Immer noch an diesem Balkon, den ich da gebaut habe gerade eben. Also, ich hätte vielleicht die Idee gehabt, länglich, an der Decke, mittig, so eine 1 Meter Wand langlaufen zu lassen und dann da auch diese Doppeldinger benutzen. Hm. Und wie ist das mit den Förderbänen da vorne? Äh. Da vorne ist ein Förderbäner an der Decke. Okay, ja, das... Gut, das könnte man vielleicht noch ein, zwei drunter machen, aber das sieht dann, glaube ich, einfach doof aus. Ja, hier geht's für euch, aber eine Etage tiefer haben wir, glaube ich, zwei davon. Ja. Ja, okay, ja, nee. Nee, dann lassen wir das. Die Idee war jetzt grundsätzlich gar nicht so schlimm, aber... Das klappt mit unseren Förderbändern nicht. Ja, ja, stimmt. Ich glaube, das ist ja meist dann doch ein bisschen zu viel Umbau für eine kleine ästhetische Geschichte. Ja, okay, ja. Zumal es wahrscheinlich 1 tiefer gar nicht umbaubar ist. Ja. Da habe ich jetzt das und... Gehe in die Etage tiefer und das ist doch schön. Da muss ich das jetzt nur noch kopieren. Warum ist das eigentlich so ein Schlitz, ey? Ich bin das nicht. Habe ich da vielleicht schon was drin? Da ist schon was drin von vorhin noch. Alles klar. Da ist es halt auch. Da ist es wahrscheinlich gut. Vielen Dank. Wir haben ja nur noch 6 Stück, stimmt. Brauche ich an der Verklemmenstelle weniger? Okay. 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 rein rumgesprünge hier, alter und die förderbahnen willst du dich wegschieben ich bin mir da nicht so sicher ob das so toll ist sind ein bisschen arg eng hier dass die ganze idee gar nichts wird oder was vielleicht nicht nehmen muss ich noch gucken soll ich mal mit dazu kommen kannst du gerne mal kurz kommen aber vielleicht kann ich noch quetschen wasser macht er macht er erst mal fertig probier noch bisschen ihr wisst nicht ob es zufälligerweise in dem shop irgendwie mal so splitter gibt für die dings da muss ich echt nachgucken wie es heißt Förderbänder meine fresse dass man sozusagen nur zwei hat also sozusagen drei eingänge beziehungsweise zwei eingänge ein eingang zwei ausgänge so rum gott dass man sich malte die fusionatoren hat man ja ja die haben halt immer zu viele ausgänge oder kann man da einstellen wie viele das hat das ist daran das problem wir nutzen halt nur zwei ich hack ja aus das weiß ich mein ja das ist schon ein riesen kasten aber wie wollen sie das denn optisch lösen in y ohne da großartig eine weiche drauf zu bauen ja ok und du wolltest jetzt das zwei reingehen nur eins raus ne äh ne andersrum eins rein zwei raus das ist ja technisch gar nicht löstbar also wenn es jetzt real dir vorstelst wann ist denn das Förderband der meinung ah das paket fährt nach links und das fährt nach rechts es müsste halt immer wieder klappen eigentlich so ne klappe drin sein die blum 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 rechts links rechts links andersrum hätte ich es mir vielleicht gerade noch gefallen lassen von zwei auf eins dass ich es einfach dann so einsortiert sich zusammen quetscht schalt für unlu gestellt würde ich einfach mal behaupten das wird es nicht geben so da sieht man schon mal dass das komplett falsch sitzt das teil also theoretisch wenn in dem block einfach das Förderband sich in alle richtungen drehen kann dann fährst du den einen punkt geradeaus und wenn der nächste drauf fährt dann fährt es nach rechts dann fährt es nach rechts weißt du was ich mein scheinbar nicht ok ja na egal ja 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 und jetzt kommt der nächste town ja irgendwie einfach die verklemmstellen hier angebracht sind wenn da noch nicht eine maschine im weg steht ach wie schön Also wenn ihr euch ein bisschen unterhalten habt, lasst gerne mal ein Like, ein Abo natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao Leute!